hallo und herzlich willkommen zurück bei minecraft liebe minecraft freunde und heute auch mal wieder mit hallo ist das jetzt mit facecam schönen guten tag liebe freunde so und ich merke gerade die musik ist etwas sehr laut so ich glaube 35 das geht alles klar oder moment ich hab mal ein anderes lied an geht das ich schätze schon so wenn es zu leise im hintergrund ist okay weiter wächst das ding hoch mal gucken wie hoch das noch wächst so liebe freunde jetzt mal herzlich willkommen war das gerade anstrengend und zwar ich bin ja ich wollte eigentlich gerade die aufnahme hier beginnen und dann ist mir folgendes passiert draußen fuhr der müllwagen vorbei und ich hatte vergessen eine tonne rauszustellen im letzten moment noch mitgekriegt und scheiße schnell hier die treppe runter gehetzt nach draußen gerannt die biotonne mit geschnappt und habe noch versucht die in der straße abzustellen und was ist passiert er ist mir vorbei gerannt egal da ist noch platz drin ist das gleich so was will ich heute mit euch machen und zwar klingt aber so nach trecker oder mehl drescher was will ich heute mit euch machen ja ihr seht ja schon ich habe so ein bisschen unser essens regal system sortiert und hier bin ich auch noch ein bisschen weiter gekommen hier habe ich ein bisschen versucht so nach wolle und farbe zu sortieren ich bin die farben nicht mal raus packt die hier rein hier kommt noch ein bisschen so das was man halt so fangen kann also fisch und bienen und sowas hier kommen bücher und hier kommt pilze und so ganz normaler klumpadschen das toter holz und den märz stehen habe ich da schon zum beispiel hingepackt hier würde ich gerne baum sechs linge einschmeißen hier kommt natürlich erde stein sand rein und flints also feuersteine hier kommt alles was eigentlich aus holz ist rein ich würde sagen glas weiß ich nicht halte ich das zu stein oder ich kriege das noch mal ein extra regal ich würde sagen glas packen die hier rein die scheiben das ist treibsand alles klar der kriegt da irgendwo hier unten in der ecke kriegt einen ehrenplatz und die ganzen tränke die kommen hier rein alles klar alle tutti richtig schön so das ist ein trecker oder gerade lang alles klar ihr könnt das leider nicht sehen weil ein bisschen zu hell ein bisschen überleuchtet da aber dafür gerade ein trecker lang so kleine frage kann ich den auch wieder zerlegen reisen ja alles den brauche ich nämlich für das was ich heute vor habe und zwar möchte ich mit euch zusammen einen hühnerstall bauen und zwar einen der dann die eier auch aufsammelt das bedeutet ja lassen wir das lassen wir alles stehen und ich stelle mir den hühnerstall hierhin oder wir machen das hier dass wir die hütte wieder abbauen das wäre eigentlich eine idee was ist das für eine schräge musik keine ahnung scheißegal ich lass sie einfach mal laufen so ähm zäune die brauche zäune so und die brauche axt äh stöckchen eine axt bitte nein so zirp 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 die killenpopulation hat sich wieder äußerst verstärkt so und zwar mache ich hier ähm einen hühnerstall draus ich hoffe das klappt auch so wie ich mir das vorstelle dann gehen wir mal bei das machen wir natürlich aus ich habe mir da so viel mühe gegeben naja wenigstens gibt es ein bisschen holz zurück du 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 äh ok kommen die da nicht du die kommt da durch alles klar doppelmist jetzt komme ich nicht mehr rein alles klar ach ja äh cool hi äh Machen wir den sound erstmal nochmal wieder dahin oh gott die ganzen kellen die gehen wir gerade ein bisschen umzwirren geh mal weg Und du auch Alter Kann man die Grill nicht irgendwie abstellen Habt ihr mich gehört? Ja, jetzt Versteck dich noch hinter der Kuh, wa? So Oh, ich hoffe jetzt ist hier mal Ruhe Oh, was geben die mir auf den Zwirn So So So, ein bisschen Geruchel, aber das macht nichts Flupflup Schwein geht runter Ist das da aufgekommen? Ja Mist, da komme ich nicht mehr ran Klopp, klopp So So So, ihr kommt da jetzt nicht mehr hoch, ne? Hoffe ich doch mal Okay Okay, da muss ich ihm gucken, wie ich die Kopfe mache Am besten Aber mit der Axt geht's nicht Ich denke mal mit der Spitzhacke geht's auch nicht Ich teste mal Ich teste mal Hm Oh Geht schneller Mit der normalen Hand Oh Oh Okay, das macht's Es macht zeitlich eigentlich keinen Unterschied Und Ich hoffe das muss ich mit der Spitzhacke So Lalalala Lalalalala Oh Jetzt geht's dabei So Einfach mal mit dem Eisen ab Hm 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 Ganz schönes Strohdach wieder abbauen So viel Mühe gegeben Aber wenigstens kriege ich ein bisschen Stroh wieder Ein paar Strohballen Hm Hm Was ich mich auch anfrage Hm Hm Kann man die auch wieder in Getreide umwandern Hm Oh wie geil Hm Die teilt einfach mal so als Hm 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 Äh Hehe Gary.exe stop working Ähm Das dient einfach mal so als äh Lagerverkleinung oder Komprimierung Hm Hm Das ist eine gute Idee Da hat mich äh Da hat sich gerade in meinem Kopf wieder was geformt Yeah baby Come on old lady Okay Hm Musik Ich finde die so geil Ähm Da hat sich gerade wieder was in meinem Kopf geformt Und zwar Ist da noch mal was so Hier Ähm Das möchte ich mal hier rein Hm 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 Ähm Ich habe da oben zwar noch so ein kleines Heulager drin Wo die Schweine glaube ich immer ein bisschen Radau machen Da Ja Moin Moin Scheiß Komm setz ich hin Stirb Hm War das nicht mal so dass äh oder laut Raum war das doch so Dass wenn man In einem Bereich zu viele Tiere getötet dass die dann auch weg bleiben Glaub ich nicht dran Ähm Mir kam da gerade so eine Idee Äh Dass ich Äh Sekunde Sekunde Ähm dass ich vielleicht auch Die automatische Werkbank Hm So programmiere Dass hier nochmal eine Regalreihe drüber ist Ne So ein Eichenschubfach Ähm Da kommt dann das automatische Ding ran Mit so einem Trichter hier drunter Auf die Kiste Und in der Kiste landen dann Dass ich die auf äh Strohballen programmiere Und dann das ganze Getreide schon mal rein kloppe Ne Dass ich hier habe Dass das dann einfach zu Strohballen wird Oh Was bin ich ein Genie Alles klar Das wird geil Aber Erstmal Kommt der Hüngerstall dran Und ich habe mir da so einen kleinen Bauplan rausgesucht Äh wenn ich jetzt so nach links gucke Nix Hoppla Nichts bei denken Äh da ist mein Bildschirm Mein zweiter Bildschirm Yeah Und endlich habe ich hier eine Tür Ich wollte sagen Kein Getier mehr hier drin Aber He he Falsch gedacht Warum habe ich Was soll das? Mano Ich muss hier ein bisschen mehr ausleuchten Dann bleiben die vielleicht weg Füldeling Moment ich mach mal was anderes an Ah ok Das klingt doch schon mal ein bisschen besser Ähm So Was wollte ich jetzt tun und nicht sagen Und nun was Hinklong Schöne Türklinge Hier könnte ich vielleicht ein paar Blumentöpfe dann später hin machen Wäre meine Idee gewesen Oh sieht da schön aus Oh geil So Ähm Jetzt aber folgendes Erstmal ist die Frage Wie groß mache ich den Stall? Halt Und ich brauche Baumställe Oh Hm Schöne Äh Weiß ich nicht nehmen wir die hellen oder die Weiß ich Ich hab so Äh So ein bisschen so Den Drang nach anderen Farben Mal Ich könnte die Hölzer nehmen, aber das dauert lange, bis die da nachgewachsen sind. Ich glaube, ich habe hier hinten irgendwo eine Palme stehen. Ah, ne. Ist mir ein bisschen zu riskant. Klack. Klick. So. Ähm, erstmal kommen hier... Oh. Oh, oink. Erstmal kommen hier Pfeilerhähne. Aber... Dafür brauche ich erstmal eine Erweiterung. Die bauen wir uns erstmal. Dann fährt ich es zwar rüber. Und die ganzen anderen Tiere. Dann mache ich das eben folgendermaßen. Zack. Irgendwieder... Ja, da hast du Pech gehabt, doch. Ähm. Ich könnte den auch hier so quer reinstellen, ne. Kommt mir gerade der Gedanke. Hm. Das könnte man eigentlich so machen. Das mache ich auch. Weiß was. Zoll der Geiz. So. Den bauen, den lasse ich mal despawnen. Dann, äh... Wird der hier... Äh, das hier auch aufgebaut. Obgeballt. Ja. Ich werde obgeballt. Ähm. Dann mache ich nochmal ein bisschen Geo. Quatsch, äh... Terraforming. Oh, ich bin gerade so ein bisschen... referringums. Und... Okay.